Ja hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Reus mit mir, Elo Dingens, der gerade mal guckt, ob wir hier das Dorf Castle Rock, den Castle Rock Tribe, den wir noch ein bisschen pushen können. Und dann gibt es hier 5, ok das hat gar nicht geholfen und hier auch nicht, ok dann können wir den hier tatsächlich wieder weg machen. Ist zwar auch nicht cool, aber sind immerhin 8. Dann gucken wir lieber mal, dass wir den weiter hoch kriegen. Den Lesser Seismic, Lesser Noble haben wir wieder noch. Wollen wir hier mal rein, was passiert damit? Auch 8. Lesser Crystal, Lesser Reaction haben wir wieder noch. Reaction wäre hier, glaube ich, oder? Reaction hätten wir. Aztec. Ach, probieren wir es. Ok, jetzt geht's. Müsste mal was cool wären, if next to an animal ok, schade, 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 dass man sehen würde, aber ist egal, geht jetzt auf alle Fälle wieder ein bisschen aufwärts 175 müssen wir schaffen, ne? Die Kaninchen und alles, das können wir jetzt nur noch mit den potenten Aspekten machen. So, wenn da ne Makrele wäre, ne Makrele, ne Makrele, ne Makrele, ne Makrele ist das denk ich mal. So, das ist das, was ist das? Ahja. Zehn die Kaninchen? Zehn auch als Animal, ok. So, das ist jetzt. Und wenn wir da jetzt noch eins machen, dann müsste die sogar noch eins steigen. Und am Ende. Da noch einer hin. So, da müsste das auch nochmal ansteigen. Aber Food in US 300 werden wir, denk ich, trotzdem nicht hinkriegen. Genauso wenig wie Technologie in US, aber nur gut. Gucken wir einfach mal, wie es sich hier weiterentwickelt. Jetzt haben wir hier ne Makrele, da müssen wir eigentlich noch eine bauen dann. und zwar da hin. Hat er nicht gemacht worden. Doch. Dann hat er hier schon, ja dann holten, ja das wird nichts. 300 Food, never ever. 300 Food, wie soll, das ist natürlich ein Kaninchen. Das Animal Nest kann eigentlich raus irgendwas, was was cooleres macht mit 4.2. Das ist ja lächerlich, sag ich mal. Und wer kommen wir denn hin? Wenn das macht ohne schon. Gucken wir mal, was das exotische Animal macht. So, ne da, weil das wird ja, achso, ne das was wir vorher hatten ne. Wie machen wir das am dümmsten? Wenn wir hier, wenn wir die hier, wenn wir die Mine hier hinbauen. Und hier ein Tier. Dann können wir hier raus Kaninchen machen. Und hier draus Kaninchen. So, dann haben wir Kaninchen, Kaninchen. Und plus 10 wenn Next to an Animal. Das müsste jetzt eigentlich einen richtig guten Boost gegeben haben. Ein bisschen weniger. Ja, das war doch ganz gut. Da haben wir doch richtig Nahrung gut gemacht. Das ist potenziell sogar noch einen neuen Nomaden. Für hier hinten zum Beispiel. Da könnte man vielleicht noch versuchen. Ähm, Animals and Plants. Für hier hinten. 195, naja, steigt es noch? Ja, es steigt noch, da kommen wir auf 200. Was hatten wir hier? Das ist nur Animals and Plants, okay, dann war das Tier daneben wahrscheinlich. Lesser Gross is bad. So ein Leaf? Ne, Lesser Gross is auf dem hier. Nein, ah, jetzt mein schöner Plan. Egal. Wir machen das auf der anderen Seite auch nochmal. Okay. Plus 15 Hell, eh, Wohlstätigkeit. Okay, nur durch Tiere und... Ach du mein Güter. Das wird, denke ich mal nichts. Nöblich ganz viel. Wir müssen noch machen. Das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Das heißt, wenn wir da jetzt noch eine Pflanze daneben machen... Ach, gar nicht so viel. Zwölfe, aber keine Chance da. 24, ach... Fredator haben wir nicht. Exot... Haben wir den Exotic? Exotic haben wir... ... ... ... ... ... Ok, das hat nichts gebracht, ist sogar kontraproduktiv sag ich mal, reißen wir mal gleich mal mit ab. Ja, es wäre eigentlich total einfach die Tradeposts zu bauen, aber es läuft mal komplett konträr zu dem, was wir eigentlich vorhaben. Ja, noch immer ein bisschen Zeit, vielleicht machen wir dann hier noch ein exotisches Dings daneben. Jetzt hier drüben aus, wenn er fische, da können wir dann irgendwann mal mit denen hier mal austauschen gegen eine Lesser-Potato oder Lesser-Hand haben wir glaube ich gar nicht. Ne, ok, haben wir nicht, hat sich also erledigt. Und sobald können wir hier noch ein exotisches Tier daneben bauen. Und gucken und hoffen, dass die Stadt sich entsprechend ausbreitet. Und auf der anderen Seite machen wir mal das und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ah, reicht sogar schon. Sehr gut. So, haben wir noch. Ja, das ist doch gut, ja. Auf 150 muss das, ne? Ja. Naja, ist ja steigend, sag ich mal. Im Notfall machen wir die dann halt wieder platt. Wir gehen in den Wüsten Hand Aspekt, Küste Aspekt. Okay, wir machen ja viel mit Tieren. Im Augenblick, dann kriegt den jetzt der Baumensch. So. Da freut er sich. Da freut er sich, da freu ich mich auch. So, wenn die hier... So, die sind im Augenblick... Fünf Natura, aber auch eigentlich kein Mensch. Fnextour plant. So. Wie rüsten wir die hier auf? So. 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 Und wenn die jetzt noch in einer anderen Pflanze sind, das heißt, wenn wir die jetzt noch daneben machen... ...daneben machen... ...und die da hin... Dann... Dann wächst hier ganz viel... So. 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 Schade, die waren hier vorher schön bei 8, aber dafür haben die jetzt hier ganz viel Food gemacht. Das war abzusehen, dass das fehlt. Aber da ist ja jetzt wieder ein Platz frei. Was war das hier, ne? Next to an Animal Nest. Next to an Animal Nest, ok. Und rutschen alle mal rüber, wie ne? Du auch. Ich muss das hier nämlich nochmal ein bisschen wachsen lassen, das Dorf. Ganz schön gierig. Okay, der hat jetzt hier das Animal Nest gebaut. Aber da drüben müssen wir auch nochmal ran. Und hier genau dasselbe machen, was wir auf der Seite gemacht haben. Ach, hier gibt's eine andere Pflanze. Ne, passt. Da ist das dahin. Oh. 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 Ich weiß auch, dass sie hier nicht so schnell wachsen. Okay, jetzt besser. Ein lässer Predator, den haben wir nicht, ne? Okay, das wächst weiter, das Dorf, und das wächst hier auch noch ein bisschen weiter. Ja, die könnten wir eigentlich mal, aber hier haben wir auch keiner. Können wir eigentlich mal einen Twiner ausprobieren? Ne. Auch ganz schön. Circus Challenge. Und, er will, okay, 200, 200, ich denke, keine Chance, keine Chance, da ranzukommen, oder? Können wir das auch direkt abbrechen? Ne. So, hier haben wir das schon mal schon. Achso, die wollen wir jetzt aufrüsten, hier. 180. Ja, das war ja nur Pflanzen und Tiere. Noch halten wir uns daran, ja. Das ist ein Market Challenge, okay? Different Desert Animals in two range of this market. Okay. Das heißt... Wenn wir hier noch eins hinmachen... Öffnen, dann... Okay. Dann packen wir das da hin. Jetzt müssen wir nämlich mal ein bisschen umbauen. Und das da hin. Each different animal... Desert animal... Moment, 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 Moment. Ah. Okay, dann machen wir da, dann kommt das andere hin. Ist ja nicht different. Ne? Mal, ob da dann ein anderes rauskriegen. Okay. Okay. Und... Das machen wir hier mal gleich da hin, dann... Ja. Genau, dann machen wir es noch genau andersrum und dann ist alles gut. Das da hin und... Das da hin. Wenn wir rein, machen wir nicht und das macht dann tatsächlich nochmal plus drei auf. Okay. Sind wir da auch schon bei 150. Knapp dann gleich. Von Lush Mount. Und... Und keiner denkt darüber nach, den Krieg anzufangen. Oh. Hier können wir einen neuen Fisch bauen. Können wir den aufwerten. Lesser, Hunt oder Predator. Dann machen wir da einen Hunt drauf. Auf der Seite. Ne, machen wir gehen nur auf die Richtung. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Okay, wenn er jetzt hier drüben noch eins holt, dann wäre das natürlich richtig cool. Ich baue mal hier eins hin. Vielleicht animiert ihn das ja... ...in die Richtung, sich auch auszubreiten. Ja, und hier geht es weiter nach oben, nach oben, nach oben. Das ist gut. Es geht, glaube ich, hier das Futter erst mal ein bisschen rund. Ach, nein, aber wir müssen das ja nicht ausbauen. Aber nicht mehr erst, wenn wir hier die Makrele haben. Da ist schon mal die Makrele. Hier ist ja schon mal die Makrele, ja. Genau, dann da die Makrele. Und danach den hier ausbauen. Bam. Geht nach oben, geht nach oben. 230, sehr gut. Und wenn die hier die 150 geschafft hat, dann reißen wir die auch direkt wieder ab. Wohl den Market. Was braucht er denn? 120 Geld. Was macht denn hier das ganze Geld? Und gar nichts Geld. Aber die geht noch auf 150. Wird eng. Und mal immer noch eine Pflanze da nehmen. Dann... Guck mal. Ja, das geht auf alle Fälle noch mal ein bisschen nach oben. Das ist gut. Dann muss ich die Zeit jetzt auch immer auch behalten, dass ich hier nicht aus Versehen mir die wieder die Dings einschlafen. Dass wir das nämlich dann hier in Ruhe noch platt machen können. 150. Habe ich das jetzt bekommen gehabt oder nicht? Da müssen wir gerade mal ganz kurz gucken. Ach, ich bin blöd, oder? Ich habe jetzt das falsche... Und die Animals and Minerals. Ich habe Dings gemacht, ne? Animals and Plants. Komisch, ich hätte gedacht... Ach, finish an area. Ah, dann kann ich das gar nicht abreißen. Das ist mein schöner Abrissplan. Naja, aber tauschen wir lieber die zwei... ...für das eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Cool, und das kriegen wir dann im Prinzip auch noch. Ja, das ist doch super. Die Fischdinger, das ist auch noch gar nicht zu Ende hier, ne? Das Rohr läuft auf alle Fälle noch weiter nach oben. Das ist falsch. Fünf, hier könnte man halt noch mal gucken, ob man da noch irgendwie Wissenschaften nach oben hat. Und drückt. Was macht denn hier Wissenschaft? Wissenschaft macht der... Ach, der Junge hier. Was haben wir hier? Für jedes... Tier... Hier können wir eigentlich abreißen, weil... Gibt's mehr als genug von... Und dann machen wir hier nämlich keinen... Guck mal, alle Herren, Jungs. Naja, das ist keine Chance. Das schaffen wir hier auf alle Fälle auch nicht. Also beide Tribes, dann machen wir lieber... ...das hier noch auf 50 Wissenschaft. Plus 10 Tech Fnextour Plant. Äh, Mist. Ne Plant dürfen wir jetzt natürlich nicht bauen. Ist da vielleicht ne bessere Alternative? Ja, die macht schon mal 8. Ach, mit einer Kupfermine. Ja. Mit dem... Kupfer, Kupfer, Kupfer. Lesser Reaction damit. Ja. Ja, Zauber, Zauber, Zauber. 34, 46. Fast. Dann machen wir doch dasselbe hier hinten nochmal, oder? Mein Scheiß auf die Kaninchen. Ah ja. Machen wir doch das Ganze hier nochmal. Machen wir immer noch ein paar Fischi, Fischi, Fischi. Ein Clownfisch mit... ...Herde. Ah, okay. Ich verstehe. So, dann haben wir von jedem 50. Da müssten wir dann C-Best draus machen, aber erstmal... Ja, ja, ja. Sieht auch ganz gut aus. Ja, ja, ja. Sieht auch ganz gut aus. Okay, hier. Also nochmal Kräle hin. Ach, er schläft schon. Oh, ja. Es geht dann am Ende immer... Nein! Sechs Sekunden, das reicht nicht. Ah, ich habe damit zu spät angefangen. 46. Und ich denke mal, das wird nicht reichen. Mist. Ja. Mist, 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 Mist. Aber auf alle Fälle trotz alledem... Schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Tschüss!